Bitt nur wenner zweiter Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deines so sehr geriebten Brot. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deines so sehr geriebten Brot. Komm, heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deines so sehr geriebten Brot. Matthäus 7,7 Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Nuwene zum heiligen Schabell, Markluf. O wundertätiger, heiliger Schabell. Dein überausreiner Leib verströmt himmlischen Duft. Eile mir zu helfen und erbitte mir von Gott die Gnade, die ich dringend brauche. Wenn sie wirklich zur Ehre Gottes und zum Heil meiner Seele gereicht. Amen. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt wird dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Schutzengel Novena, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gott, du bist so gut, dass du mir einen Schutzengel gegeben hast, um meinen Körper und meine Seele zu schützen. Hilf mir, meinen Engel kennenzulernen und ihm zu folgen, damit ich mit seiner Führung es wert werde, mit dir im Himmel zu sein. Mein süßer Schutzengel, du bist jeden Tag meines Lebens mein Verteidiger. Beschütze mich vor der Sünde und der Körperverletzung. Hilf mir zu lernen, mich selbst zu verteidigen und zu schützen, damit ich die Person sein kann, zu der Gott mich berufen hat. Du bist die ganze Zeit bei mir, also kennst du bereits diese meine Absichten, die ich dich bitte, dem Herrn zu übergeben. Mein Schutzengel, mein Verteidiger, beschütze mich. Amen. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Über. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Abstabens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiliger Pater Pio Novena, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gebet zum heiligsten Herzen Jesu. Amen, Jesus. Du hast gesagt, wahrlich, ich sage euch, bittet und ihr werdet empfangen. Suchet und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan. Siehe, ich klopfe an. Ich suche, ich bitte um deine Gnade. Vater, unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du wirst gebenedeit unter den Weibern und gebenedeitest die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für unsere arme Sünde. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiligstes Herz, Jesu, ich vertraue und hoffe auf dich. O mein Jesus, du hast gesagt, wahrlich, ich sage euch, was immer ihr dem Vater in meinem Namen bieten werdet, wird er euch gewähren. Siehe, in deinem Namen erbitte ich von deinem Vater die Gnade. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit. Mit dem Gnaden wirken deine Liebesschlamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue und hoffe auf dich. Oh mein Jesus, du hast gesagt, wahrlich, ich sage euch, Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte nicht, werden nicht vergehen. Siehe, gestützt auf die Unfehlbarkeit deiner Worte, bitte ich um die Gnade. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken, deine Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre zu dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Heiligstes Herz Jesu, ich vertraue und hoffe auf dich. O Heiligstes Herz Jesu, dem es unmöglich ist, kein Mitleid zu haben, mit mir Unglücklichen. Hab Erbarmen mit mir, armen Sünder, und gewähre mir die Gnade, um die ich dich bitte, soweit durch das Umfleckte Herz Mariens. Deine und unsere zärtliche Mutter. Heiliger Josef, innigst mit dem heiligsten Herzen Jesu verbunden, bitte für uns arme Sünder. Gegrüßet seist du, O Königin, Mutter der Barmherzigkeit. Unser Leben, unsere Wunder und unsere Hoffnung sei gegrüßt. Zu dir rufen wir, verbannte Kinder Ewas. Zu dir seufzen wir, trauernd und weinend, in diesem Tal der Tränen. Wohlanden, du unsere Fürsprecherin, wende deine barmherzigen Augen uns zu. Und nach diesem Elend zeige uns Jesus, die gebenedeite Frucht deines Leibes. O Gütige, O Milde, O süße Jungfrau Maria. Amen. Bitte für uns auf das Hürde Schwert. Heiliger Peregrinos Nuvena, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Amen. O heiliger Peregrinos, du wurdest der Mächtige, der Wundertäter genannt, wegen der zahlreichen Wunder, die du von Gott für diejenigen erhalten hast, die Zuflucht zu dir genommen haben. So viele Jahre lang trugst du diese Krebskrankheit, die die eigentliche Phase des Seins zerstört. In deinem eigenen Fleisch bist du Zuflucht, zur Quelle aller Gnade suchtest. Als die Macht des Menschen nicht mehr konnte, du wurdest mit der Vision von Jesus begünstigt, der von seinem Kreuz herabstieg, um deine Bedrängnis zu heilen. Wir bitten dich von Gott und unserer lieben Frau, die Heilung der Kranken zu erbitten, die wir ihnen anvertrauen. Auf diese Weise, durch deine mächtige Fürsprache unterstützt, werden wir Gott jetzt und in aller Ewigkeit ein Lied der Dankbarkeit für seine große Güte und Barmherzigkeit singen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebene Deid unter den Frauen und gebene Deid ist die Frucht deines Leibes. Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Und in Ewigkeit. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinderlieb. Uns allen deinen Segen gib. تعالteis. Ausüge. Vielen Dank.